Das ist Mascha. Mascha mag Pferde und Bolognese, Polonese. Was Mascha gar nicht mag, ist Bremer Schmuddelwetter. Ileana hingegen mag Mode, Tanzen und ist eine sehr, sehr gute Tennisspielerin. Was sie nicht mag, ist der Kabelsalat ihrer Ohrstöpsel. Das kann Jan nicht passieren. Sein Kopfhörer ist riesig und gibt ihm das Opti-Mopti-Konzertfeeling, um sich von der Häme gegenüber seines Lieblingsvereins zu erholen. Dem FC Lokomotive Schalke 05 oder so. Was Jan nicht mag, ist Spülen. Spielen hingegen ist Stefans große Leidenschaft. Beim Zocken brennen ihm regelmäßig alle Drähte durch. Entspannung holt er sich anschließend beim Designen am Grafiktablet. Hannes ist Filmfan, fotografiert schlecht aber gerne und fährt hobbymäßig stundenlang Rolltreppe. Zusammen schreiben wir täglich am Eule-Blog, um euch up-to-date mit Tipps, Tricks und Ideen rund um das Campusleben in Bremen zu versorgen. Das heißt Content, Content, Content. Von Studierenden für Studierende. Ihr findet uns natürlich auch bei Facebook, Twitter und im Teletext. Unter allen Likes verlosen wir eine Woche Sackhüpfen in den Wimmelwiesen. Also, legt mal kurz den Döner weg und tippt mit euren Patschehänden folgendes in eure Schreibmaschine. blogs.uni-bremen.de slash eule Ruhe!